Willkommen zu Frank am Freitag. Heute mit dem Thema Belohnung. Belohne dich selbst. Liebe Freunde des Verkaufs, bitte probieren Sie doch mal folgendes aus, sofern Sie es nicht schon längst machen. Nach einem arbeitsreichen, gut geplanten Tag halten Sie abends mal zwei, drei Minuten inne und denken Sie ganz bewusst und genau darüber nach, was Ihnen an diesem Tag gut gelungen ist. Und die Ergebnisse, die aus diesem guten Gelingen entstanden sind. Und genießen Sie sie. Und wenn Sie richtig Wirkung haben möchten, dann schreiben Sie sich das Erlebte, das gute Gelingen auf. Und dann achten Sie mal darauf, was passiert. Und dabei wünsche ich Ihnen für die nächste Woche ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich über Feedback. Bis dahin, nächste Woche Freitag, wieder zu Frank am Freitag, erfolgreiches Wochenende. Nein, erfolgreiche nächste Woche, angenehmes, erholsames Wochenende. Ciao, euer Frank.